Hallo zusammen, willkommen zurück zu Minecraft Core, weiter geht's hier und ich zeige euch mal eben, was wir im Livestream gemacht haben, denn wir laden jetzt Hardcore den Core, Hardcore den Core, ja genau, wir laden jetzt nämlich Hardcore den Core, der ist auch schon ein bisschen gefüllt, ich hoffe die Anzeigen gehen, Sekunde, ich gucke mal eben, und zwar achtet drauf, was da schon drin ist, jetzt kommt's, jetzt, jetzt, Achtung, und wir haben insgesamt 0,052 drin. Und ich habe hier schon mal eine Schüssel und Bits Stadtmauer angefangen, natürlich noch sehr, sehr klein und basic, und das wird quasi so eine Mini-Stadt hier, in der wir quasi mit Zwergenhasen wohnen, da, guck mal, wir müssen dann nur nochmal gucken, wie wir das Ganze noch weiter ausbauen, also vielleicht machen wir gleich nochmal eine Runde hier Schüssel und Bits, aber prinzipiell wisst ihr Bescheid, und ich hab mal die Maschine, Achtung, die Maschine hier hingestellt, damit wir, wenn wir aus den Maschinen wieder rausgehen, das auch einigermaßen passt. So, wo wir dann immer landen, weil wenn man quasi über das Draconic Revolution Portal reingeht und dann aus der Maschine raus, ist man immer irgendwo, das war nicht so gut. Dann haben wir das noch gebaut, wir haben jetzt immer schön Wetter auf dem Server, super gut, solange wir Energie haben, Sekunde, ich mach mal ganz kurz hier so auf eine, vielleicht eine 5 oder eine 4, ja eine 4 wäre gut, oder? Ja, jetzt ist wieder voll, alles klar, hiermit kann man nicht das Wetter und vor allen Dingen die Zeit beeinflussen. Kennt man glaube ich, oder? Und? Ja. Jetzt kommt Regen und Sturm. Und das Ding ist so gebaut, dass wenn quasi der Sensor daneben Regen erkennt, macht er sofort schönes Wetter. Das heißt, wir haben immer schönes Wetter. Und? Anscheinend auch hell. Voll gut. Okay, das haben wir schon mal und hell. So, wir haben Morgan. So, ich geh mal ganz kurz hier rein. Achtung. Achtung. Ah, genau, ich hab noch ein paar Auto-Crafting-Sachen gemacht, damit wir ein paar Sachen, genau, hier, das hatte ich gebaut, den Keller halt. Äh, Auto-Crafting-Interfaces, hier sind nochmal die ganzen Advanced Inscriber dran. Dann haben wir hier drei Auto-Crafting-Einheiten und hier dann nochmal die Molekular-Assembler. Kann man natürlich jetzt auch schön alles zubauen. Ich mein, die Wand geht ja schon, aber die Decke könnte man jetzt hier noch reinziehen, dann wird das Ganze auch schon mal ganz anders aussehen. So, da hat der Heiko noch eine Anlage gebaut, ich weiß gar nicht mehr wofür. Dann haben wir hier unseren Reaktor drin, der macht ein bisschen Strom. Ich zeig euch gleich mal, wie viel. Hier mache ich diese Agriculture-Sachen. Da haben wir jetzt schon, äh, 59.000 Inferium-Essenz. Kann man ja mal machen. Äh, ja, der, der wird halt mit Bone Meal noch gefüttert gleichzeitig. Und da ist super krasser Black-Mulch drin, der geht richtig ab. Soll ich nochmal raus. Genau, wenn man das, ähm, den Raum hier mit Draconic Evolution betreten hat und ist aus der Maschine dann rausgegangen, war man wieder vorne, also oben. Auf der Insel. Also oben ist es ja auch nicht, aber ne, wisst ihr Bescheid. Ja, der ist jetzt quasi hinfällig. Aber war ja ganz schön so und da hätte noch sehr, sehr viel mehr dran gekonnt. War mal ein Versuch. Was haben wir denn noch? Na ja, die Mobfer haben wir ein bisschen abgegradet. Da ist jetzt ein Haufen Kram sich da unten. Äh, ein Ghast hatte ich noch. Die kann man allerdings hier drin nicht spawnen. Dann habe ich, äh, Enderman. Dann Wither Skeletten. Genau, ne, necrotic bone. Was ist denn hier los? Zombie glowstone. Ah, Booster Cuts sind auch wieder drin. Ja, genau. Und halt die anderen. Enderman. Dann, ah genau, Squids hatte ich noch, wegen schwarzer Farbe. Wie viel schwarze Farbe habe ich denn jetzt eigentlich? 28.000. Könnte reichen. Voll gut. Man braucht ein bisschen schwarze Farbe. Was machen Peter und Heiko? Bauen eine Farbe. So. Ja, das läuft auch. Ich hatte jetzt hier mal die Idee, weil die sich immer getrennt haben, hier einfach mal das dran zu bauen. Also ich glaube, in den letzten Folgen war das immer gut zu sehen, dass wenn ich quasi neu auf den Server kam, das immer durchtrennt war. Und jetzt habe ich einfach mit NDAO-Kabel am Rand ein bisschen was gemacht und das scheint zu gehen. So. Jetzt aber zum Hauptaspekt, zu diesem wunderschönen, eine Anomalie. Zur Erklärung nochmal ganz kurz. Wir hatten vorher alle Anomalien entfernt. Anomalien sind in Sky Factory 4, also im Basic Modpack, überall vertreten in der Lost Cities World. So, da wir alle quasi runtergesetzt haben, damit hier nicht auch die normale Welt voll ist mit den Anomalien, weil die waren echt Hardcore vertreten. Haben wir gesagt von wegen, dass quasi wer eine Anomalie haben möchte, er diese auch bekommt. Einfach, damit jeder dieselbe Möglichkeit hat. Wir haben die jetzt quasi in so eine Compact Machine gesteckt. Passt das jetzt? Ja, eigentlich schon. Und das Krasse ist, der macht jetzt 100 Millionen RF an jedem Ausgang. Also an jeder Seite des Reaktors kommen 100 Millionen RF raus, an den Ausgängen, also wo halt ein IO-Port ist. Den kann man wohl noch größer bauen, aber jetzt sind hier zum Beispiel, oder das hier, das ist ein Anzeige-Bug. Der ist jetzt da dran und da dran. Das sind quasi 200 Millionen RF. 100 und nochmal 100. Super krass, vorher hatten wir irgendwie 3000 oder so oder 4000, jetzt haben wir 100 Millionen. Pro Block. Und hier fehlt noch einer, sehe ich gerade, Sekunde. Da suchen wir mal einen Point. Oder einen Plug. Point. Plug. Plug. So, und stecken den da nochmal dran. Aber wir ganz vergessen. Und nochmal 100 Millionen mehr. Sonst habe ich aber alle dran, oder? Und den kann man sogar noch dicker bauen, wurde im Zwingen gesagt. Also wir wussten das ehrlich gesagt auch nicht. Wir dachten jetzt nur, wir bauen den. Heiko wusste, dass der 100 Millionen macht. Und dann kam auch jemand, oder dann kam im Stream die Sache, dass man sagte, du kannst an jedem Ausgang 100 Millionen rausziehen. Und dann wir so, what? Und dann haben wir quasi überall alles angeschlossen. Super heftig. Super krass. Die Anomalie. Bisher haben wir die eigentlich immer nur gefüttert früher. Halt ich probiere nochmal im Bass. Da, 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 da. Ah, hier wollte ich nochmal versuchen. Geht das? Cast Crafters Network. Ne, hier kommt nichts raus. Okay. Weil da der Composer ist. Wie man den aufbaut, sieht man glaube ich auch in Heiko's Sky Factory 4. Da hat er den Aumbau gebaut. Wie gesagt, mit 100 Millionen F, was eigentlich auch schon krass ist. Und das ist glaube ich mittlerweile das krasseste, womit wir jemals Strom erzeugt haben. Vor allen Dingen, das ist irgendwie jetzt unendlich. Also eigentlich ist das schon eher so ein Cheater-Reaktor. Oder was meint ihr? Und der macht insgesamt jetzt, Sekunde. Der macht 6,2 Milliarden RF. Das ist schon gut. Also schon mehr als so Creative Energy Cell. Wobei die natürlich nur ein Block groß ist, um wir die trotzdem brauchen mit Kern zu füllen. Aber ist schon ganz gut. So, und da ich ganz gerne weiße Gebäude draußen haben wollte. Also ich würde gerne so ein bisschen moderner bauen wahrscheinlich auch. So ein bisschen gemischt. Und ich würde ganz gerne deswegen weiße Blöcke haben wollen. Konkret ist das Coolste und dafür brauchen wir am besten, damit ich nicht mal Wasser drüber kippen muss. Den Hydrator. Da ist er. Und natürlich daran müssen wir dann noch eine Wasserquelle anschließen. Ich überlege gerade, ob wir das einfach hier hinten reinsetzen. Dann brauche ich schon wieder so ein Ding. Oder muss da eine Wasserquelle rein überhaupt? Ja klar, muss da eine Wasserquelle rein. Okay. Aber gab es noch einen anderen Hydrator eigentlich? Der hat mich jetzt gewundert, dass der so aussieht. Die Hydrator, Hydrator. Ne, eigentlich brauchen wir den hier. Viel cooler. Machen wir den. Hydrator. Hinfort mit dir. So, der Hydrator. Der kommt dann. Könnte man auch automatisch machen. Sollen wir das automatisch machen? Da brauchen wir nur ein Interface. So, zack. Wenn schon, denn schon. Überlege ich nur gerade wohin. Dann noch ein bisschen Wasser. Ja genau, Wasser brauchen wir sowieso. Heißt, wir brauchen einen Kondenser. Wie oft wir diesen Kondenser schon gebaut haben. Einfach so krass einfach. Da ist er. Gibt es noch einen anderen Kondenser? Matter Kondenser. Ja genau, der ist auch wichtig. Da ist er. Der Water Kondenser. Und jetzt brauchen wir nur noch Water. Water. Das. Oh, sieben Eimer. Top. Und Conduits. Conduits. Äh. Ender Fluid. Item Conduit. Energie Konduits. Oh ja. Jetzt müssen wir nur gucken, wohin. Aber warte, der kam weg. Vielleicht geht es mit dem auch. Aber ich nehme jetzt mal einen anderen. Der geht auf jeden Fall. So. Da oben ist ja die sogenannte, so eine Art Küche. Also manche haben auch gesagt, sieht ja voll aus wie eine Küche. Und dann dachten wir, ja ja, soll ja auch so aussehen. Machen wir das Wasser mal. Also am liebsten hätte ich es irgendwo in der Wand hier hinten jetzt. Eigentlich könnte man sogar dieses wassermäßige ME-System da anschließen. Gibt ja hier extra Cells und die anderen Sachen. Hydrator. Ah ne, warte, war der falsch? Ja klar. Der Hydrator kommt da drüber. Wir brauchen den Water Condenser. Zack. So, endlich. Also wir können theoretisch auf Wasser auf Zellen schmeichern. Vielleicht machen wir das einfach. Sollen wir das machen? Sollen wir eine Wasserzelle machen? Ah ne, jetzt nicht. Aber wäre schon geil, oder nicht? Fluid. Wenn ich das nicht machen würde, wäre das echt schon nicht so gut. Fluid. Falsch. Applied Energistics. Genau, wir haben hier Fluid Storch Cells. Ich glaube, da wird so eine 1K Storch Cell reichen, oder? Muss jetzt nicht die Hardcore Variante schlechthin sein. Das ist immer geil. Jetzt bauen wir gerade nur das Baumaterial für draußen. Voll gut. Aber ist ja gut. Ist ja top. So, jetzt kommt da mal alles dran so. Machen wir 1K. Ja, zwei Stück zumindest. Ich meine, viel Wasser brauchen wir auch nicht, oder? Also wir haben jetzt keine mega krassen Rezepte, wo wir mega viel Wasser brauchen. Deswegen lasse ich jetzt mal bei einer 1K Fluid Diskette. Dann brauchen wir noch ein bisschen Quarzglas. Alles automatisiert hier im Stall, wollte ich gerade sagen. 100 Stück. So, und dann haben wir zwei Disketten. Ich packe die mal hier unten rein. Zack. Jetzt können wir Wasser speichern. Wie geil ist das denn? So, Wasser können wir speichern. Jetzt brauchen wir noch einen Import Bus für Wasser. Fluid Import Bus. Da haben wir einen. Was nicht alles gibt. Das hatte ich schon mal bei Rise, glaube ich. Also bei dem Projekt Minecraft Rise. Rise. Aber, äh, ja. Das hatte ich, glaube ich, gar nicht selber gebaut in dem Fall. Das war quasi von dem netten Helfer, der dabei war. Haben wir keinen Lapis? Nicht dein Ernst. Aha. So einer ist das hier. Warte mal ein bisschen. Ah, jetzt wird die ganzen Schissels rausgenommen. Ja, egal, komm. Wenn ich schüsseln will, hole ich nochmal welche. Hier, eigentlich ist flutmäßig alles mit, äh, Lapis zu. So, guck mal. ME. Import Bus. So. Jetzt haben wir gleich Wasser. Nein! Aber warum drücke ich denn diesen Computer? Ich kann euch sagen, warum ich den gedrückt habe. Weil ich dachte, das wäre mein Terminal zum, hier zum Klicken. Und deswegen drückt man den halt, ne? Weil man denkt, das ist was anderes. Kabel, wir haben 33. So, reicht auf jeden Fall. Achtung, jetzt geht's los. Zack. Neun Eimer Wasser. Und? Gehen wir noch neun? Ah, kommt gleich, kommt gleich, kommt gleich. Fluid Water geht auf jeden Fall so. Da haben wir jetzt schon mal Wasser drin. Und es gibt ja auch noch ein Fluid Terminal. Wenn ich das mal finde, dann haben wir es auf jeden Fall hier irgendwo. Conversion. Fluid Storage Bus. Interface. Import Bus. Aber wäre vielleicht damit auch gegangen, ne? Hallo? Sehe ich gerade nicht. Ich gebe einfach mal Terminal ein. Terminal. Da haben wir es doch bestimmt. Gas Terminal. Pattern. Interface. Da, Fluid Terminal. Gibt es auch noch ein Fluid Crafting? Ne, ich glaube das war es, ne? Egal, passt schon. Ah, sehr gut. Mach ich direkt zwei für oben den Tisch. So, zwei Fluid Terminals. Hallo? Oh nein, da muss der Kaffeebecher weg. Ja, wir haben Wasser. Huiuiui. Okay, Wasser wird immer mehr. Das ist schön. Jetzt haben wir Wasser im System. Hört sich irgendwie schlecht an, oder? Was geben wir denn noch vom Fluid? Hier gibt es noch Wireless Fluid Terminal. Ja, genau. Damit ich überall Eimer haben kann auf jeden Fall. Das ist schon mal geil. In der Hölle. Ah, geht ja eh nicht. Äh, Fluid. Gibt hier noch ein Fluid. ME Fluid Interface. Komm, warte nochmal. Dann sehe ich es zwar eh nicht. Aber gut, wahrscheinlich weil ich blaue Sachen gesucht hatte gerade. Und das war ja nicht gerade blau, dass das fällt. Da jetzt sieht man es auch. Fluid Level Emitter. Fluid Formation Plane. Boah. Ach ne, das ist normal drin jetzt. Sehe ich gerade. Oh. Das steht glaube ich so noch gar nicht im Buch drin. Vorher war es halt eine Add-on, äh, eine Zusatzmod. Mittlerweile nicht mehr. Voll gut. So, Fluid Interface. Also ich hätte ganz gerne auch irgendwie, dass wir einmal da rausziehen können. Nur Wasser drin ist auch doof, ne? Wobei, warte mal. Ne, ne, ist ganz geil eigentlich. Wir können jetzt ja alles von dem ME-System wassermäßig da rausziehen wieder. Darum geht es jetzt. Pass auf. So einer ist das. Export. Fluid Export Bus. Da haben wir ihn. Also ist jetzt natürlich nicht nur die Maschine. Also einmal rausziehen geht auch. Äh, aber man kann jetzt quasi mit den Maschinas, äh, der Hydrator, da haben wir ihn. Äh, Wasser in die Maschinen ziehen, egal wo sie stehen. Das meinte ich damit. So. Dann machen wir mal einmal den, ich überlege gerade, könnte man den hier unten hin machen? Eigentlich schon. Hydrator steht. Dann kommt das normale Interface unten dran. Falsch rum. So, Hydrator ist mein, meine Güte, ich komme da gar nicht mehr dran. So, Always Active. Rausziehen, wenn man möchte. So, zieht raus, wenn er fertig ist. Dann machen wir das Interface drunter und dann muss nur noch Wasser rein. Wasser rein geht wie folgt. Wenn wir ein Kabel obendrauf legen. Ich muss mal ganz kurz die Kabel hier durchschlagen. Jetzt komme ich da nicht dran. Äh, ist doch geil. Hier ist doch direkt ein Anschluss. Okay. Machen wir einmal so. Dann brauchen wir noch einen Wassereimer. Water. Ah, Mann, 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 Mann. Aber ganz geil eigentlich. Ich habe euch jetzt gezeigt, wie viel Energie wir machen und habe jetzt hier noch automatisch Wasser gemacht. Automatisch Wasser. Warum ist das nicht automatisch da drin? Wenn ich hier in das System gehe, warum ist dann nicht direkt meine Maus da oben, wo sie sein soll? Ich weiß es nicht. Warte. So. Ey, krass, das ist so heftig, wie die Channel hier online sind auf einmal. Normalerweise hat man so Hardcore Channel Management. Hier ist es absolut egal gerade. So. Haben wir jetzt bestimmt. So, Pattern Terminal. Jetzt pass auf. Hier. Äh, concrete. Warte, ich glaube, wir haben sogar noch concrete hier. Haben wir nicht. Okay, gut. Wir machen einmal White Concrete. Und dann noch einmal Gray. Ja, Grau und so. Also, wir bräuchten wahrscheinlich noch mehrere Farben. Aber ich mache jetzt einfach mal schwarz. So, dann machen wir, packen wir die erstmal in die Crafter rein. Oh, das ist ja super hier. So, jetzt können wir hier craften. Einmal bitte. zwei, jetzt brauchen wir ganz kurz Wasser. Also, wir könnten es jetzt natürlich einfach in den Kondenser tun. Water. Und normalerweise muss man konkret halt, äh, nass machen. Also, wie nass ist egal. Hauptsache, wird irgendwie feucht. Ah, nein. Oh, nein. Oh, ist das hier der Block irgendwo? Ah, ging. Okay, gut. Glück gehabt. So, und dann sieht man, wir machen... Achtung. White Concrete. Ganz kurz gucken. So. Schwarzes Pulver zu schwarzem Concrete. und White Concrete aus White Concrete Pulver. So. Und dann packen wir... Auch wenn es vielleicht ein bisschen schnell gerade... Oder geht. Hier ist der Hydrator, den wir unten hingebaut haben. Und jetzt achte mal drauf, wenn ich jetzt hergehe und... Warte. Concrete bestelle. Concrete. Ah, jetzt. Pass auf. Und Start. So, der wird jetzt gecraftet und sollte da jetzt eigentlich zu... Hallo? Soweit die Theorie. Ah, jetzt kommen wir da nicht mehr hin, ne? Ah, ich baue ein bisschen eng manchmal. Da, Hydrator. Ah, der nimmt gar nichts an. Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Energize... Äh, Energize... Energy Items. Black Concrete. Oh nein. Funktioniert der da gar nicht? Falsche Maschine. Wahrscheinlich. White Concrete. Da haben wir ihn. Ey, das war echt der Hydrator. Nicht dein Ernst. Okay. So, mal den richtigen Hydrator hingebaut. Jetzt funktioniert es auch. Wenn man jetzt Concrete bestellt, dann geht das quasi hier rein und wird da quasi rausgepumpt. Ihr dürft allerdings nicht mehr als einen Stack bestellen, weil sobald hier mehr Concrete-Pulver drin ist, blockiert es. Und, ähm, ja, deswegen. Aber ein Stack im Normalfall reicht. Vor allen Dingen, wenn wir das auch schisseln wollen. Zumindest haben wir jetzt etwas, was quasi automatisch Concrete erstellt. Und ich bin gerade ein Hase, weil ich hier sonst nicht reingepasst hätte. Voll gut. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch wenn die Folge ein bisschen Chaos war. Aber ich habe ein bisschen zusammengeschnitten, dass das ein bisschen... Alter, bin ich klein. Ein bisschen gepasst hat. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst die Bewertung da und schreibt mal rein, wie ihr den Reaktor findet. Also, ich finde den ein bisschen krass, muss ich ganz ehrlich sagen. Und, ähm, aber ist halt ein ganz normales Gerät hier drin. Oh, Mist. Habe ich etwa Hunger? Ah, ne, jetzt bin ich voll. Anzeige backt. Okay. Also, haut rein. Tschüss.